Willkommen bei der ersten Einheit unseres Mechanik MOOCs. Mein Name ist Markus. Meine Kolleginnen Sophie und Isabella habt ihr ja bereits kennengelernt. Lasst uns heute über die Kraft sprechen. Kraft, könntest du uns das bitte etwas genauer erklären? Klar, eine Kraft ist ein Vektor, charakterisiert durch Größe, Richtung und Orientierung. Eine typische Kraft ist zum Beispiel die Gewichtskraft. Die wird von eurer Waage gemessen. Verstehe. Und was kann man mit einer Kraft alles anfangen? Kräfte lassen sich wie alle Vektoren addieren, multiplizieren und zerlegen. Das heißt, ich kann mit Kräften rechnen? Ganz genau. Und das auch noch auf unterschiedlichste Art und Weise. Auf unterschiedlichste Art und Weise? Wie ist das jetzt wieder gemeint? Lasst mich das etwas genauer erklären. Ich kann beispielsweise eine Kraft mit einem Skalar, also einer einfachen Zahl, multiplizieren. Das ändert dann nur die Größe, also die Länge des Vektors. Oder es dreht seine Orientierung um. Nämlich dann, wenn wir den Vektor mit einer negativen Zahl multiplizieren. Seine Richtung, genauer gesagt seine Ausrichtung, bleibt aber immer gleich. Interessant. Das heißt, ich kann eine Kraft stauchen oder strecken? Ja, genau. Wir können außerdem Vektoren miteinander addieren. Wir erhalten also aus zwei Vektoren F1 und F2 einen resultierenden Vektor R. Dabei ist es egal, ob wir F1 plus F2 oder F2 plus F1 schreiben. Die Addition ist also kommutativ. Die Differenz ist dann einfach eine Addition mit einem negativen Vektor. Also wie jetzt genau? Wenn wir einen Differenzvektor D ausrechnen möchten, müssen wir einfach nur F1 plus minus F2 berechnen. Ach so. Sehr praktisch. Wir müssen die Subtraktion also gar nicht extra definieren. Ganz genau so ist es. Du hast vorhin gemeint, dass es verschiedene Arten gibt, mit Vektoren zu rechnen. Welcher denn noch? Ja, jetzt wird es nämlich erst so richtig spannend. Es gibt nicht nur das Produkt mit einem Skalar, also einer Zahl, sondern wir können auch zwei Vektoren miteinander multiplizieren. Die Vektoren können so multipliziert werden, dass ein Skalar entsteht oder so, dass wieder ein Vektor entsteht. Das sogenannte Skalarprodukt oder innere Produkt liefert als Ergebnis einen Skalar. Es wird mit einem Punkt gekennzeichnet und projiziert, vereinfacht gesagt, einen Vektor A auf einen Vektor B. Und wozu wird diese Operation benötigt? Sehr gute Frage. In der Mechanik benötigen wir das Skalarprodukt zum Beispiel zur Berechnung von Arbeit oder Leistung. Oder geometrisch einfach, um die Komponente eines Vektors in eine bestimmte Koordinatenrichtung zu berechnen. Und die zweite Möglichkeit? Die liefert wieder einen Vektor. Sie wird Kreuzprodukt oder Äußeresprodukt genannt. Hier ist aber Vorsicht geboten, weil das Kreuzprodukt nicht kommutativ ist. Das Ergebnis von A Kreuz B ist also nicht gleich B Kreuz A, sondern unterscheidet sich um das Vorzeichen. Okay, und wozu dient das Kreuzprodukt? Der Betrag des Kreuzproduktes entspricht der Fläche des durch die beiden Vektoren aufgespannten Parallelogramms. Außerdem steht für das Kreuzprodukt N ist gleich A Kreuz B der Vektor N sowohl auf A als auch auf B normal, was für Koordinatensysteme wichtig ist. Ah. Es gibt aber noch eine dritte Möglichkeit. Noch eine? Ja, genau. Wenn wir nämlich drei Vektoren verwenden, lassen sich die beiden Produkte zu einem gemischten Produkt, dem sogenannten Spatprodukt, verknüpfen. Okay, aber wozu ist das jetzt gut? Und entsteht daraus ein Vektor oder ein Skalar? Es entsteht ein Skalar. Der beschreibt das Volumen des dreidimensionalen Körpers, den die drei Vektoren aufspannen. Das Kreuzprodukt aus A Kreuz B gibt dabei gewissermaßen die Grundfläche an. Gemeinsam mit dem Vektor C ergibt sich damit das Volumen. Der Körper wird auch Parallelepiped oder Spat genannt, daher Spatprodukt. Jetzt haben wir sehr viel über Vektorrechnung gesprochen. Zum Schluss möchte ich euch nur noch eine letzte wichtige Sache zeigen. Wir können Vektoren nämlich auch in Komponenten zerlegen. Das ist wichtig zur Bestimmung der Komponenten eines Vektors entlang eines Koordinatensystems. Dazu lässt sich auch einfach der Winkel zwischen dem Vektor und dem Koordinatensystem in Kombination mit den Winkelfunktionen nutzen. Bei der Besprechung des Gleichgewichts wird uns diese Methode noch öfter unterkommen. Sehr interessant. Danke für die spannenden neuen Erklärungen. Einiges davon kannten wir bereits, aber eine kleine Erinnerung kann nie schaden. Freut mich, dass es euch gefallen hat. Lasst mich noch ein paar Worte zum Momentenvektor sagen. Das Moment einer Kraft bezüglich eines Bezugspunktes 0 ergibt sich aus M0 ist gleich R Kreuz F, also wieder aus einem Kreuzprodukt. In zwei Dimensionen handelt es sich dabei um den bekannten Zusammenhang Kraft mal Hebelarm. Je länger der Hebelarm, desto kleiner die notwendige Kraft für ein bestimmtes Moment. Das kennt ihr sicher von einem Schraubenschlüssel oder dergleichen. Ja, das kenne ich vom Reifenwechseln mit meinem Papa. Ja, genau. Und wenn wir den resultierenden Momentenvektor für mehrere Kräfte ausrechnen möchten, müssen wir einfach nur alle Beiträge R Kreuz F miteinander addieren. Im Fall eines Kräftepaares kürzen sich dann die Kräfte gegenseitig weg und es bleibt nur ein Moment übrig. Das ist der einfachste Fall. Super, jetzt wissen wir ja schon einiges über Kräfte und Momente. Stimmt. Und zum Abschluss würde sich ein Beispiel anbieten. Schauen wir uns das Beispiel an. Hier haben wir eine schöne Skizze. Hier sind auch schon die ganzen Kräfte eingezeichnet. Und die Punkte haben wir auch gegeben. Sehr gut. Was ist als erstes denn gefragt? Als erstes ist der resultierende Kraftvektor R gefragt. Den berechnen wir uns einfach aus der Summe aller Kräfte. Genau. Stellen wir ganz einfach auf. Der resultierende Vektor ist der Vektor T plus der Vektor F. So, nun müssen wir die Kraftvektoren aufstellen. Ich würde sagen, F als erstes. F hat nur eine Komponente in negative Z-Richtung. Also können wir aufstellen. Der Vektor F ist dann 0, 0, minus 30 Newton. Genau. Bei T sieht das Ganze ein bisschen anders aus, weil hierzu müssen wir den angegebenen Betrag mit dem Einheitsvektor in die richtige Richtung multiplizieren. Hierfür erstellen wir uns als erstes den Richtungsvektor von BA auf. Richtungsvektor BA ist dann gleich der Richtungsvektor von B minus Richtungsvektor von A. Hierfür setzen wir noch die Zahlen ein und erhalten dann für den Richtungsvektor minus 4, 2 und 4 Meter. Sehr gut. Um den Einheitsvektor zu bekommen, müssen wir nun den Betrag ausrechnen. Den Betrag eines Vektors erhalten wir aus der Wurzel. In diesem Fall von minus 4 zum Quadrat plus 2 zum Quadrat plus 4 zum Quadrat ergibt dann 6. Jetzt berechnen wir noch den Einheitsvektor. Der Einheitsvektor ist ganz einfach der Richtungsvektor, dividiert durch seinen Betrag. Jetzt setzen wir das Ganze noch ein und erhalten dann für den Einheitsvektor davon BA minus 2 Drittel, 1 Drittel und 2 Drittel. Sehr schön. Nun können wir auch schon T berechnen. Hierfür müssen wir den Betrag von T, das sind 78 Newton, mal den Einheitsvektor BA multiplizieren. Das ergibt dann minus 52, 26, 52 Newton. Sehr schön. Jetzt können wir den resultierenden Kraftvektor R berechnen. Wir setzen einfach ein und erhalten dann für den resultierenden Vektor minus 52, 26 und 22 Newton. Sehr schön. Die erste Aufgabe wäre erledigt. Als zweites müssen wir nun den Betrag des resultierenden Kraftvektors berechnen. Hierfür quadrieren wir die einzelnen Richtungen und ziehen die Wurzel daraus. Das ergibt dann 62,16 Newton. Als nächstes müssen wir nun den resultierenden Momentenvektor berechnen. Bei einem Moment müssen wir den Richtungsvektor mit Hilfe des Kreuzproduktes mit dem Kraftvektor multiplizieren. Also stellen wir auf, der resultierende Momentenvektor um den Punkt 0 ist dann gleich der Richtungsvektor A0 kreuz T plus Richtungsvektor von C0 kreuz F. Ganz genau. Die Richtungsvektoren ra0 beziehungsweise RC0 können wir ganz einfach aus der Angabe rauslesen. In ra0 ist das 8 minus 4 0 und in rc0 ergibt das 8 4 0. Nun können wir auch schon das Kreuzprodukt berechnen. Ra0 kreuz T. Als erstes können wir die erste Zeile verdecken und rechnen bei einer anderen kreuzweise, also minus 4 mal 52 minus 0 mal 26. Das ergibt in diesem Fall für die x-Komponente minus 208. Bei der nächsten Zeile müssen wir den Betrag ändern. Das heißt, wir haben minus 8 mal 52 minus 0 mal 52. Das ergibt minus 416. Und in der letzten Zeile rechnen wir dann 8 mal 26 minus minus 4 mal minus 52. Das ergibt 0. Das ergibt 0. So, wenn wir das ganze 0 für das Kreuzprodukt von RC0 kreuz F machen, ergibt das minus 120, 240 und 0. Wenn wir die 2 nun addieren, bekommen wir auch schon den resultierenden Momentenvektor MR. Das macht dann minus 328 minus 176 und Null. Die Einheit dafür ist Newtonmeter. So, rechnen wir noch den Betrag des resultierenden Momentenvektor aus. Das ist auch schon die Aufgabe 4. Das ergibt 372,24 Nm. So, nun zur letzten Aufgabe. Hierbei ist der Winkel gefragt, den der Kraftvektor R mit der EZ-Achse einschließt. Hierfür verwenden wir die Formel Cosinus Alpha ist dann gleich der Vektor R mal dem Einheitsvektor der Z-Achse dividiert durch den Betrag des Vektors R mal den Betrag des Einheitvektors. Setzen wir ein, minus 52, 26 und 22 von vorhin mal 0, 0 und 1, die Z-Komponente, dividiert durch 62,16 mal 1. So, hier haben wir ein Skalarprodukt. Dafür müssen wir nun nur die einzelnen Komponenten multiplizieren und diese Ergebnisse dann alle addieren. Hierfür bekommen wir nur in der Z-Komponente einen Wert und das ergibt dann insgesamt 22. Das dividieren wir dann nur noch durch den Betrag und wir erhalten dann 0,354. Wenn wir nun hier noch den Arcus Cosinus berechnen, haben wir auch schon den Winkel. Das war jetzt ja gar nicht so schwer. Ja, ich habe das Beispiel auch verstanden. Schön, damit haben wir die heutige Einheit auch schon wieder abgeschlossen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.